Guten Abend, Geschwister. Wir werden in alle Ewigkeit zusammen sein. Lass uns das doch schon mal ein bisschen üben. Und da hinten, die sehe ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wer da sitzt. Geschwister, kommt doch bitte ein bisschen nach vorne. Ich versuche auch nicht zu spucken. Und kommt doch einfach. Das ist doch schön, wenn wir einfach uns sehen können. Robert, Junge, schön dich zu sehen. Mensch. Das ist kein Tag gealtert. Gut. Geschwister, wir sind eigentlich im dritten Buch Mose, Kapitel 2. Aber ich habe mir das angeguckt und da hätte ich einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um mich da wirklich ein bisschen reinzulesen. Und die Zeit war einfach nicht da. Und deswegen dachte ich, ich teile einfach das mit euch, was mich im Moment selber bewegt. Ich lasse euch ein bisschen an meinen Gedanken, an meinen Kämpfen teilhaben. Ich hoffe, dass euch das nicht langweilt. Aber wenn Gott es lebendig macht, es geht ja auch nicht um mich hier. Es geht ja nicht um mich, es geht um Jesus und das, was er tun will und kann. Und ich hoffe, dass euch das einfach ein bisschen Mut macht. Wir gehen mal in Matthäus, also ins Neue Testament, ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Matthäus 6, Verse 25 bis 34. Hier spricht Jesus. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Diese Verse sind in meiner Bibel unter der Überschrift vom Schätze sammeln und sorgen. Wenn wir das lesen hier in Vers 25, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Letztendlich beschreibt er hier doch eigentlich das Leben von uns Menschen in dieser Welt. Wir alle brauchen Nahrung oder braucht hier jemand keine Nahrung? Wir alle brauchen ein bisschen was anzuziehen. Und letztendlich dreht sich unser Leben als Menschen ein Stück weit darum. Was kriege ich zu essen? Was habe ich zu trinken? Ich würde noch Wohnung dazu fügen. Ich brauche ein Dach über dem Kopf, das ist ganz wichtig. Gerade im Winter, wenn es kalt wird. Diese Dinge bestimmen uns ein Stück weit. Auch als Kinder Gottes, da kommen wir nicht raus. Es sei denn, du bist als Millionär auf die Welt gekommen. Du hast sehr, sehr reiche Eltern, wo diese Dinge eigentlich keine Rolle spielen. Aber ich glaube, das ist kaum jemand von uns hier, würde ich mal behaupten. Die meisten von uns stehen morgens auf, mit mehr oder weniger Spaß, gehen in den Tag. Arbeit ist ja auch nicht unbedingt immer leicht. Es ist ja Fluch, letztendlich. Aber wir kommen da nicht raus. Und Gott möchte das auch, dass wir losgehen und unser Brot verdienen. Wenn du es nicht kannst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, überhaupt kein Problem. Ich will hier keinem irgendwie zu nahe treten oder Druck machen. Wenn du keinen Job findest oder du kannst aus irgendeinem Grund gesundheitlich nicht arbeiten, dann streck dich nach Gott aus. In seinem Reich gibt es eine Menge zu tun. Er kann jeden, egal wer es ist, er kann jeden gebrauchen. Jeden. Da gibt es keine Ausrede. Zu alt, zu krank, zu dick, zu dünn, nicht intelligent genug, was auch immer. Nee. Gott möchte, dass wir Aufgaben haben in unserem Leben. Wenn du als Mensch, vielleicht hat der eine oder andere die Erfahrung gemacht, dass er eine Phase hat in seinem Leben, wo er morgens aufgestanden ist und sich gesagt hat, was soll ich jetzt mit diesem Tag. Da ist eigentlich nichts, was auf mich wartet. Keine Herausforderung, keine Aufgabe, eigentlich nichts zu tun. Und ich lebe in diesen Tag rein. Und ich sage euch, das mag sich gut anhören, aber das ist furchtbar. Sich treiben zu lassen. Irgendwie durch den Tag zu kommen. Das ist nicht das, was Gott für uns hat. Auf keinen Fall. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns von Gott einfach zeigen lassen. Wo ist mein Platz, wo ist meine Aufgabe. Also wie gesagt, das sind Dinge, die uns alle ja mehr oder weniger beschäftigen und auch viel beschäftigen. Also ich meine, die meisten von uns, die arbeiten echt viel hier. Und du machst es ja nicht in erster Linie, weil du Spaß dran hast. Klar, es gibt auch Leute, die Spaß an der Arbeit haben. Dann seid ihr echt, seid ihr wirklich gesegnet. Aber es ist nicht bei jedem so. Also es ist auch ein Kampf. Also mancher hat einen Job, den er, sage ich mal, ganz krass zum Kotzen findet. Aber du machst es, weil du ja versorgt sein willst. Und Gott hat dir alles gegeben, was du dazu brauchst. Er hat dir Hände gegeben. Er hat dir Füße gegeben. Er hat dir einen Verstand gegeben, den du in deinem Job auch einsetzen kannst und sollst. Und du sollst deinen Job gut machen. Er segnet das. Er segnet dich in deinem Job, wenn du die richtige Haltung dazu hast. Aber warum sagt Jesus hier in Vers 25 Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Das ist doch, wieso? Wir sorgen uns doch da drum. Wir sorgen uns doch jeden Tag darum, dass der Kühlschrank voll ist, mehr oder weniger. Dass wir versorgt sind. Da kümmern wir uns doch drum. Da machen wir uns doch Sorgen drum. Warum sagt er jetzt hier, das könnte ja ein Freibrief sein, das könnte man ja auch missverstehen. Ich brauche mich um nichts zu sorgen. Ich lege mich jetzt hin und Gott versorgt mich schon. So ist das nicht gemeint. Tut mir leid. Sorgen. Jetzt komme ich eigentlich auf diesen Punkt. Sorgen. Kennst du Sorgen? Bist du manchmal vielleicht nachts, liegst du nachts wach, weil du dir Sorgen machst? Weil du mit einer bestimmten Sache, mit einem bestimmten Problem nicht fertig wirst? Du hast Angst vor morgen, weil setz ein, was du willst, weil dich irgendwas erwartet? Wir haben Sorgen, auch als Kinder Gottes. Das kann mir keiner erzählen, dass wir hier alle so geistige Überflieger sind, dass wir alles im Griff haben. Haben wir sowieso nicht. Ich hoffe, dass Gott uns im Griff hat, aber wir haben die Dinge nicht im Griff. Und das habe ich in der letzten Zeit, ich spreche da ganz offen, sehr schmerzhaft erleben müssen. Dass ich die Dinge nicht im Griff habe. Dass Dinge ins Leben kommen können, wo du am Rotieren bist. Wo es auch nicht so einfach ist. Und wir leben ja nun mal in einer Zeit, gut die Zeiten waren nie einfach, dass Menschen früher haben es auch nicht einfacher gehabt, da sollten wir uns nichts vormachen oder so. Das Leben war nie, in dieser Welt war das Leben nie leicht. Warum nicht? Weil diese Welt unter der Sünde steht und weil der Fürst dieser Welt kein guter Fürst ist. Es gab immer Auseinandersetzungen, immer Kriege, immer Hass. Das Böse ist nach wie vor existent. Deswegen sind alle Zeiten schwer. Gut, es gibt Zeiten in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben auch, wo alles schön fließt. Wo es ruhig ist, wo wir scheinbar keine Probleme haben. Aber ich sage hier, das bleibt meistens nicht so. Also irgendwas kommt. Irgendwas kommt. Und gerade in der heutigen Zeit, das Leben wird teurer, das wissen wir alle. Wenn du in den Laden gehst und ein bisschen guckst, merkst du plötzlich, oh ja, ja, das war vor einiger Zeit noch günstiger. Und da ist auch noch nicht wirklich ein Ende abzusehen. Wir wissen nicht, wie das Ganze weitergeht. Wir wissen auch nicht, ob wir vielleicht im Winter frieren müssen. Das wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wie das mit Corona weitergeht. Vielleicht mutiert dieser Virus weiter. Oder es kommen neue Viren, wie auch immer. Das wissen wir alles nicht. Der Krieg in der Ukraine, kommt der Krieg zu uns. Ich weiß nicht, ob ihr das letztens erlebt habt. Da war so ein Gewitter vor ein paar Tagen. Und da hat es einmal so geknallt. Ich bin nicht richtig wach davon geworden, aber ich dachte, hey, das war doch kein Donner. Und ganz ehrlich, ihr könnt mich ruhig auslachen. Ganz ehrlich, als ich diesen Knall gehört habe, habe ich nur auf den Lichtblitz gewartet. Von der Atomrakete. Das war so komisch. Das war so ein komischer Knall. Und ich habe dann da gelegen und gewartet. Und dann kam ein ganz normaler Donner. Ich war so in Angst in dem Moment. Da habe ich gedacht, aber eigentlich braucht man ja gar keine Angst zu haben. Wenn du den Lichtblitz siehst, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Dann bist du innerhalb kürzester Zeit beim Herrn. Aber das sind alles so Dinge, die uns auch als Kinder Gottes beschäftigen können. Und das Ganze, und ich sage das ganz bewusst, und ich meine das ernst, das Ganze kann zu einem Teufelskreis werden. Wenn du dir Sorgen machst. Klar, wir kommen an diesen Sorgen nicht vorbei. Es können so viele Dinge in unserem Leben passieren. Du wirst krank. Deine Frau wird krank. Deine Kinder werden krank. Wir haben ein gutes Beispiel im Moment. Und da zu jemandem zu sagen, mach dir mal keine Sorgen, das wird schon. Ey, ist das nicht brutal? Wäre das nicht heftig, so etwas zu sagen zu jemandem? Da müssen wir sehr aufpassen. Es gibt auch Geschwister, die mit Sorgen und Problemen zu tun haben, die schwer sind. Aber ich habe mir das mal so in meinem Leben angeguckt. Also ich bin ja auch so ein Typ, gerade wenn es um Krankheit geht. Ich habe irgendwo ein Zucken. Und was mache ich? Ich gehe ins Internet. Gucke mir da an, was da geschrieben steht. Und ihr wisst ja, das Internet ist, also Dr. Google weiß alles. Und ich finde auch, irgendwann finde ich auch diese Symptome, die auf meine Krankheit passen. Und ich sage dir, ich habe das Gefühl, ich bin morgen tot. Um Gottes Willen, ich habe das. Genau das trifft auf mich zu. Ich habe das. Und noch schlimmer ist es manchmal, wenn es meine Frau betrifft, wenn die irgendwas hat. Dann suche ich auch und gucke und gucke und gucke. Sie geht da locker mit um. Ich denke, oh nee, was ist jetzt? Das ist so diese ganze Spinnerei, die man im Kopf hat. Was ist jetzt, wenn meine Frau nächste Woche tot ist? Was mache ich denn dann? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ich mich ja lächerlich mache. Aber das sind die Gedanken, die mir manchmal durch den Kopf gehen. Was ist denn dann? Oder ich weiß nicht. Ich habe einen Job, den ich echt sehr gerne mache. Was ist, wenn ich diesen Job, oh, wer weiß was jetzt, ne? Vielleicht verliere ich diesen Job. Oder ich weiß nicht. Ich kann mir meinen guten, teuren Kaffee irgendwann nicht mehr kaufen. Das wäre die größte Katastrophe. So den, den ich so liebe, oh, der wird mir zu teuer. Ich kann es nicht mehr. Aber das sind Dinge, die sind noch gar nicht real. Die habe ich einfach nur in meinem Kopf. Es könnte sein. Das ist das Bescheuerte dabei. Aber diese Gedanken, das ist kein Spiel. Das ist, da geht was ab in unserem Inneren. Da dreht sich ein Karussell. Das wird ein Selbstläufer. Und Gedanken übertragen sich auch auf Gefühle. Und Gefühle werden dann von Angst bestimmt. Und Angst, wissen wir alle, Angst ist nichts Schönes. Angst, Angst vernebelt uns, Angst lebend uns. Das sind alles so Dinge, die ich gerade in der letzten Zeit so irgendwie immer wieder so durchkaue. Ich falle immer wieder in diese Falle rein. Da kommt irgendwas und bei mir dreht sich das sofort und da wird ein Riesending draus. Es könnte so sein. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es so ist. Ja, es wird so sein. Und ich denke, Jesus sagt das hier nicht umsonst. Sorgt nicht. Ist er lebensfremd? Weiß er nicht, was er hier sagt? Wenn du das hörst, wenn ich dir das jetzt sage, sorge nicht, dann würdest du mir sagen, hast du eine Ahnung, was in meinem Leben los ist. Ich soll mich nicht sorgen. Da ist das und das und das und das und das. Aber das sage nicht ich hier. Sondern das sagt der allmächtige, allwissende Gott. Der sagt das hier. Der sagt zu dir, sorge dich nicht. Glaubst du das? Kannst du das annehmen? Kannst du das annehmen, wenn er sagt, sorge dich nicht? Ich sorge für dich? Ist das Realität in deinem Leben? Was ist, wenn ein Problem auf dich zukommt? Wir sind ja nicht Hirn amputiert. Also bestimmte Dinge, Probleme in unserem Leben, die können wir, dazu hat Gott uns einen Verstand gegeben, die können wir selber regeln. Wenn bei dir zu Hause irgendwas kaputt ist, kannst du es reparieren. Ich versuche es meistens, das wird es noch schlimmer, weil ich einfach zu blöd bin oft. Aber manchmal klappt es auch. Das sind so Sachen, aber wenn ein massives Problem da ist. Ich sage euch das einfach nochmal so, einige wissen das. Vorletzte Woche war mein Schwager bei mir und ich habe eigentlich drei Schwestern, eine schon gestorben vor einiger Zeit. Und mein Schwager war da und sagte mir dann, deine älteste Schwester liegt im Krankenhaus, auf der Palliativstation, sie ist voll mit Metastasen, sie wird nicht mehr lange leben. Da bin ich zusammengebrochen. Da bin ich regelrecht richtig zusammengebrochen. Habe angefangen zu flennen. Und war völlig überfordert in der Situation. Ich war mir wirklich regelrecht der Boden unter den Füßen weggezogen. Und da habe ich nicht, ich muss euch das bekennen, ich habe nicht sofort gesagt, so jetzt muss ich zum Herrn, leg das ab bei ihm. Er hat ja gesagt, ich soll mich nicht sorgen, ich lege das ab und gehe fröhlich meinen Weg weiter. Das war hart, das war so hart, das hat so wehgetan. Obwohl wir uns lange Zeit nicht gesehen haben. Wir sind eine relativ kaputte Familie, wir haben uns lange nicht gesehen, aber wir sind Geschwister. Und das habe ich ganz, ganz stark gespürt in dem Moment. Wir sind als Kinder auseinandergerissen worden, aber wir haben eine Zeit zusammengelebt. Und auch später noch. Wir haben auch später noch zusammengelebt und dann haben wir uns längere Zeit nicht gesehen. Und dann kam so dieser Punkt, wo ich, ich muss da hin, ich muss da hin, ich muss ihr begegnen. Aber wie, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wir haben uns länger nicht gesehen und du hast ja auch, kannst du dir ja vorstellen, du hast ja bestimmtes, wenn ich jetzt Muli sehe, ich habe ja ein bestimmtes Bild von ihm im Kopf. Wenn ich ihn jetzt lange Zeit nicht gesehen habe und ich weiß, Gott möge das verhüten, aber ich weiß, er liegt im Krankenhaus. Er ist schwer krank, von Krebs gezeichnet. Ich habe Angst gehabt davor, vor diesem Bild. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein Bild im Kopf gehabt und dann komme ich ins Krankenhaus. Was soll ich sagen? Wie soll ich jetzt anfangen zu trösten? Wie soll das Ganze werden? Was soll ich machen? Ich war so ein Häufchen Elend und habe gedacht, ich kann hier nichts. Jesus, du musst wirken, du musst jetzt hier übernehmen und das hat er auch getan. Das hat er getan. Meine Schwester ist nicht bekehrt, aber ich hoffe und bete und einige Geschwister auch mit mir, dass Gott sie erreicht. Dass Gott sie erreicht, die hat so ein schweres Leben gehabt. Dass Gott sie erreicht, dass sie zu ihm geht. Und das sind so Sachen, die können bei jedem von uns im Leben auftreten. Dass du plötzlich eine Situation hast, wo du keine Luft mehr kriegst. Wo du mitten im Sturm bist. Du bist mittendrin, du siehst kein Land. Ich glaube, das hat schon mal der eine oder andere erlebt. Das weiß ich auch von einigen. Wo du nichts siehst, wo du keine Hoffnung siehst, wo es dunkel um dich rum ist. Jesus, sorge dich nicht, sagt Jesus. Sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Er sagt auch noch an einer anderen Stelle, im Wort Gottes, also durch Petrus. Alle eure Sorge werftet auf ihn, denn er sorgt für euch. Du hast jemanden, nicht nur an deiner Seite, er lebt in dir. Du hast jemanden, das sage ich dir einfach, weil ich da von Felsen fest überzeugt bin. Und das sagt auch das Wort Gottes. Da ist jemand, der dich unheimlich liebt. Der genau dich sieht. In deiner Not, in deinen Problemen, der liebt dich so sehr. Nimm das an. Auch wenn du im Moment durch Tiefen gehst, wenn du Schmerzen hast, was auch immer. Da ist jemand, der dich liebt und nicht nur der dich liebt, sondern der viel, viel tiefer gelitten hat, als du es jemals kannst. Das mag kein Trost sein, aber er weiß, wie es uns geht. Er ist nicht der, wie die Welt uns sagen will, er ist nicht der Gott, der irgendwo da oben im Himmel sitzt, mit einem langen weißen Bart und dem alles egal ist. Nee. Das ist er nicht. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist auf die Welt gekommen als Mensch und ist am Kreuz verreckt. Das ist unser Gott. Aus Liebe zu uns, zu dir. Wenn du die größte Liebe sehen willst, die es überhaupt gibt für dich, dann guck ans Kreuz. Da hängt er für dich. Und du meinst, dass dem deine Probleme egal sind? Dass der da locker und leicht einfach drüber weg geht? Sein Herz zerreißt, sein Herz blutet, wenn er dich leiden sieht. Und er sagt, in Johannes 10, da geht es um den guten Hirten, den guten Hirten, das müsst ihr euch reinziehen, also das müsst ihr lesen, der gute Hirte. Jesus ist, sieht seine Schafe und er vergleicht uns mit Schafen. Und er kennt seine Schafe. Er hat jeden im Blick, auch die, die sich verlaufen haben. Er sieht dich. Und wenn du dich verletzt hast, so wie das ein Hirte macht, ein guter Hirte, der sucht sein Schaf, so lange bis er es gefunden hat, und nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Das ist das Bild. Er sagt nicht zu dir, ja komm, du humpelst zwar, aber komm mal sieh mal zu. Das geht schon. Ich gebe dir eine Krücke, dann lauf mal. Nein, er trägt dich. Und er sagt hier in Johannes 10, Johannes 10, Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Glaubst du das, dass er das für dich hat? Leben und volle Genüge? Reich in ihm? Oder denkst du im Moment, ja, pfff, Konto ist leer, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht, da ist das und das und das und das in meinem Leben, volle Genüge? Glaub ich, sieht anders aus. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Du kannst, egal wie es, ich sage dir, egal wie es dir im Moment geht, egal wie groß deine Ängste sind, Jesus hat dein Leben in seiner Hand und er sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Nicht nur die guten Sachen. Alle Dinge. Das ist verrückt, oder? Ob du krank bist, ob du, ich weiß nicht, was du für Nöte hast. Es wird zum Besten dienen, weil Gott es sagt. Nicht, weil ich es sage, weil Gott es sagt. Und Gott ist kein Lügner. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt. Gott ist kein Lügner. Wenn er dir irgendwas verspricht, er hält das hundertprozentig. Auch wenn es vielleicht im Moment nicht so aussieht, wenn du, wie gesagt, in Not bist und du das Gefühl hast, Gott ist weit weg. Ne, ist er nicht. Im Nachhinein siehst du oft Dinge, wie Gott es geführt hat. Und er, sage ich dir, er weiß, was für dein Leben, er weiß viel, viel besser, was für dein Leben gut ist, als du es selber weißt. Er weiß das viel besser. Und wenn er dir zusagt, er gibt dir Leben und volle Genüge, dann tut er das. Das heißt nicht, klar, dass du keine Probleme haben wirst, dass du immer reich sein wirst, dass du, ich weiß nicht, vielleicht nochmal heiraten wirst, eine ganz tolle Frau, oder ich, keine Ahnung, was du da, was du da als, als was ganz Tolles ansehen würdest. Es kann sein, dass du alleine bleibst, es kann sein, dass du nie richtig Kohle haben wirst, es kann sein, dass du immer in deiner Einzimmerwohnung leben wirst, was auch immer. Und bist dennoch so reich, weil du Jesus in deinem Leben hast, den größten Schatz, den größten Reichtum. Und wenn du das, wenn du das im Moment nicht sehen kannst, streck dich danach aus, streck dich danach aus, lass es dir von Gott zeigen, wer er für dich ist, wer er für dich sein will. Die Dinge in dieser Welt sehen alle so schön aus, wir sind sehr, sehr, ich sage auch nichts dagegen, es spricht nichts dagegen, dass du das neuste Smartphone hast, dass du ein tolles Auto hast, was auch immer. Da spricht überhaupt, Gott ist kein Spielverderber, darum geht es nicht. aber den größten Reichtum haben wir in ihm. Das Problem ist nur, dass wir ihn im Moment nicht mit unseren physischen Augen sehen können. Du kannst all die Dinge um dich herum, die kannst du sehen. Und die ganze Werbeindustrie ist darauf aufgebaut, dass dir suggeriert wird, du brauchst dieses und du brauchst jenes und du brauchst das. Und auch wir als Kinder Gottes sind da oft nicht vor geschützt, dass wir meinen, wenn ich jetzt das habe, dann wird es mir besser gehen. Und dir geht es manchmal vielleicht auch eine Zeit lang besser. Aber das schönste Auto guck es dir in 100 Jahren an. Oder in 10 Jahren. Dann ist es plötzlich nicht mehr so schön. Echten bleibenden Wert, echte Schönheit findest du nur und ausschließlich nur in Jesus. Und nirgendwo sonst. Na? Genau. So, wir gehen mal zurück. Er sagt hier, also es sind einfach so super Verse, die Jesus hier in Matthäus sagt. Matthäus, gehen wir wieder zurück in Matthäus 6. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wenn du was lernen willst, guckt dir die Vögel an. die machen sich, wie der Herr hier sagt, keine Gedanken darum, was sie zu essen kriegen. Die leben einfach. Die fressen das, was da ist und Gott sagt, es fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass er es weiß. Er sieht jeden und die Vögel sind echt so süß. Guck dir die mal genau an. Die sind so klasse teilweise. Echt, wirklich. Überhaupt die gesamte Tierwelt. Das ist so klasse und du kannst manchmal lachen. Das ist so, Gott hat so viel Humor. Du musst es nur beobachten. Du musst dir das nur richtig angucken. Und dann siehst du die Schönheit und das, was er in die Tiere hineingelegt hat. In diesen kleinen Spatzen. Bei uns in der Hecke sitzen manchmal 60 von diesen. Von den kleinen Viechern. Und einmal hatten wir einen. Der hat gehumpelt. Und der hat von meiner Frau den Namen Hermann gekriegt. Und der war auch immer, der war auch immer irgendwie, im Winter füttern wir dann auch. Und der war auch immer auf der Terrasse. War auch immer der Erste. Der war echt mutig. Und meine Frau hat sich immer riesig gefreut. Die hat den extra immer gesucht. Und den hat sie besonders lieb gehabt, weil er behindert war. Und den fand sie toll. Und gut, irgendwann ist so ein Tier natürlich auch weg. Ich meine, die leben auch nicht ewig. Aber das war so, ich habe mich da auch so drüber gefreut, wie sie da so aufgegangen ist. Und Gott freut sich über jeden kleinen Vogel. Und er freut sich noch viel mehr über dich. Du bist, du, der hier sitzt. Du bist sein Kind. Der sieht dich. Der liebt dich. Der möchte dich segnen. Der möchte, dass du ganz nah an ihm dran bist. Er möchte mit dir reden. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte mit dir kommunizieren. Wollen wir das oft? Oder wollen wir das? Wir sind da manchmal so kalt und abgebufft. Es geht um uns. Oder es geht um mich oft. Und gerade da, wo ich im Problem drin bin, da geht es nur um mich. Nur um meine Sorgen. Nur um mich. Und keiner hat so große Sorgen, wie ich sie habe. Was für ein Quatsch. Ich brauche dann nur in meinen Job zu gehen und dann sehe ich Menschen, die Probleme haben. Klar, natürlich. Ich will jetzt keinem zu nahe treten. Natürlich. Es gibt bei jedem von uns Probleme. Aber manchmal, wenn mir Leute dann ihre Probleme erzählen, dann denke ich, boah, ey. Und das Ganze ohne den guten Hirten. Wir haben die kleine Klara im Krankenhaus von Jordans. Die hat es schwer, die kleine. Die hat es wirklich schwer. Da sind die Eltern, da ist eine ganze Gemeinde und viele andere, die für sie beten. Es gibt junge Frauen in der MAH, die ganz alleine mit ihrem Kind da sind. Das ist Elend. Und Jesus sieht die aber. Und er möchte, dass unser Herz davon bewegt wird. Da bin ich fest von überzeugt. Von der Not um dich herum. Mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Guck weg von dir selbst. Häufig sind wir so auf uns fixiert. Okay. Die Vögel unter dem Himmel. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Sagt Jesus dann. Ja. Weil er für dich und für mich gekommen ist. Für jeden von uns ist er am Kreuz gestorben, damit du ein Leben im Überfluss hast. Jeden. Er liebt jeden Menschen. Egal wie in unseren Augen Menschen auch verkommen sind und wo wir denken, ey, das ist doch das Böse in Person. er liebt die Menschen. Jeden Menschen auf dieser Welt. Deswegen ist er gekommen und er möchte unser Herz dazu bewegen, dass wir die Menschen genauso sehen, wie er sie sieht. Dann sagt er in Vers 27 im Kapitel 6 Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Du kannst dein Leben selber nicht verlängern. Du kannst machen, was du willst, kriegst du nicht hin. Gott hat dir das Leben gegeben und er weiß den Zeitpunkt selbst, dann wenn du, aber da kommen wir jetzt in Spekulationen, selbst wenn du dich selber umbringst. Gott hat dir das Leben gegeben und wenn der Zeitpunkt kommt, ist das Leben zu Ende. Das kannst du, du kannst da nichts dran ändern. Und warum sorgt er euch um die Kleidung, sagt er in Vers 28. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Eine Lilie, ey, es gibt Lilien, die sehen klasse aus. Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Schönheit Gott da hineingelegt hat. Das ist so klasse. Ey, da kannst du davorstehen oder dich hinsetzen und du kannst Gott nur anbeten über so eine Schönheit. Ey, wirklich. Und in ein paar Wochen, wie sieht die Lilie dann aus? Nicht mehr ganz so schön. Also wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit, und der hatte Herrlichkeit, der hatte Kohle ohne Ende, der war steinreich. Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er es nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Gott sagt uns hier, ey, ich habe die Lilie auf dem Feld gemacht, die nur eine kurze Zeit da ist. Du wirst ewig leben. Meinst du, bin ich in der Lage, mich um dich zu kümmern? Und trotzdem tun wir manchmal so, nee, da muss ich jetzt irgendwie durch, da gehe ich jetzt zu sonst wem und die Welt versucht dir auch alles mögliche anzubieten, wie du deine Probleme lösen kannst. Ich habe einen Kollegen, der sagt immer, ja, man muss positiv denken. Egal wie beschissen es einem auch geht, man muss positiv denken. Weggucken von den Sachen und aufs Positive gucken. Mag bis zum gewissen Punkt vielleicht gut sein, aber die Probleme sind dadurch doch nicht weg. Ich muss doch trotzdem an die Probleme ran. Und die Welt bietet alles an. Oder versuch dir zu erzählen, wenn du das und das hast, dann sind deine Probleme, wenn du die und die Versicherung hast, bist du abgesichert. Wenn in 30 Jahren, es könnte sein, dass in 30 Jahren deine Rente nicht reicht, dann musst du jetzt schon mal ein bisschen was zusätzlich einzahlen, damit du versorgt bist. Und, 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 die Welt möchte dich rundum absichern. Das rundum Sorglos-Paket. Und das kann und wird wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Wir wissen nicht, was morgen ist, das wissen die auch nicht. Auch die Medien nicht, die erzählen, im Herbst wird das und das sein und ich weiß nicht was. Das wissen wir alle nicht. Das weiß nur Jesus, was kommen wird. Gott sei Dank ist es so, dass nur er das weiß. Aber du musst ja vorbereitet sein auf das, was kommt. Das ist ja ganz wichtig. Du musst dich versorgen. Sonst macht es ja keiner. Wenn du nicht für dich sorgst, sorgt keiner für dich. Die Welt, für die Welt ist es leider häufig auch so. Wenn du diesen guten Hirten nicht hast, dann guckst du, wo du bleibst. Dann gehst du mit Ellbogen durch die Gegend, damit du ja nicht zu kurz kommst. Aber das brauchen wir nicht. Du hast nichts dagegen, dass du eine Versicherung hast. Kannst du gerne haben. Ist überhaupt kein Problem. Aber auch Versicherungen sind mal so, mal so, sage ich, ich will ganz vorsichtig sein. Du kannst auch im Regen stehen, auch wenn du eine Versicherung hast. Gott lässt es zu. Warum? Damit du weißt, dass du in seiner Hand bist. Dass in ihm deine Sicherheit ist. Dass du ihm vertrauen kannst. Ich muss langsam zum Schluss kommen. Womit werden wir uns kleiden? Nachdem, in Vers 32, nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Macht ihr da echt keinen Kopf? Du musst ihm das auch nicht sagen, was du brauchst. Das weiß er. Er ist dein liebender Papa, er weiß ganz genau, was du brauchst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Er will uns die richtige Sicht auf das Leben schenken. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, haben wir vorhin gesungen. Unser Leben auf dieser Welt hat irgendwann ein Ende. das ist vielleicht für den einen oder anderen echten Trost. Weil die Zeiten sind schwer. Und wir haben auch als Geschwister mit vielem zu tun. Mit Einsamkeit, mit Depressionen, mit ich weiß nicht was, mit allem möglichen. Aber das ist nicht das Ende. Das Ende ist das Leben in aller Herrlichkeit, in aller Ewigkeit, in Herrlichkeit. Da möchte Gott uns jetzt auch so ein bisschen die Augen für öffnen. Dass wir Entschuldige, jetzt muss ich mal das aufschlagen. Zum Schluss, ich bin gleichfertig. Und zwar Kolosser 3, 1 bis 4. Das sind so tolle Verse. Kolosser 1 bis 4. Ganz bekannte Verse. Kennen da glaube ich alle. Kolosser 1, was war das jetzt? Kolosser 4? Kolosser 3, 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend, zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Da würde mancher Mensch in der Welt sagen, ihr seid ja irgendwie ein bisschen weltfremd, immer so auf den Himmel zu warten. Nee. Wenn du das im Blick hast, wird dein Leben auf dieser Welt auch anders, weil du eine ganz andere Perspektive hast. Du, der Sinn und Ziel ist, erstens, dass wir Christus ähnlich werden, das ist eine harte Schule, in der wir hier sind, die ist manchmal nicht einfach, wir haben ja noch oft, erzähle ich euch, nichts Neues mit unserem alten Menschen zu tun, der sich zur Sünde hingezogen fühlt und den Geist Gottes in uns, das neue Leben, was in uns gezeugt ist und die beiden stehen so ein bisschen im Konflikt miteinander. Es ist nicht leicht auf dieser Welt, aber Gott bereitest uns zu für die Ewigkeit. All das, was du hier erlebst, ist nicht sinnlos. Wenn du deinen Blick nach oben richtest, kriegst du die richtige Perspektive. Gott macht keine Fehler. Der kommt nicht zu spät, der, ja, was auch immer. Gott macht keine Fehler und er hat mit dir angefangen und er kommt mit dir zum Ziel. Manchmal ist es so, dann sieht das so aus, als wenn wir tausend Umwege machen, fand ich mal so schön, diese alte holländische Evangelistin, die Korithin Boom, die hat mal gesagt, das Leben als Christ ist so wie so ein Stickbild. Wenn du das von hinten siehst, dann siehst du diese ganzen wilden Fäden und so und alles durcheinander und du denkst, was ist das für ein Chaos hier, alles durcheinander. So sieht unser Leben manchmal aus, haben wir das Gefühl, drehst du das aber um, ist ein wunderschönes Bild da. Und so sieht Gott uns jetzt schon. lasst uns auf ihn sehen und uns auch, wer weiß, wie lange unser Leben auf dieser Welt noch ist, von seiner Liebe erfüllen lassen, damit diese Liebe aber nicht, die ist nicht nur für uns da, sie muss raus zu den Menschen da draußen. Ein Leben ohne Jesus, schrecklich, ohne Hoffnung, gehetzt, einsam, die brauchen den guten Hirten. Amen.